Die Plank gehört sicherlich zu einer der bekanntesten Fitnessübungen, die es gibt. Hier erfährst du, was das Tolle an Planks ist und was mit deinem Körper passiert, wenn du sie jeden Tag machst. Der Vorteil von Planks ist, dass du sie überall machen kannst, ganz ohne Equipment. Außerdem kannst du easy tracken, wie lange du die Plank halten kannst und dich so jedes Mal ein kleines bisschen verbessern. Das wird nämlich auf jeden Fall passieren, wenn du jeden Tag Planks machst, ist ja klar. Wenn du heute mit 30 Sekunden Plank anfängst, versuch sie morgen 32 Sekunden zu halten und übermorgen 34 Sekunden. So wirst du Stück für Stück besser und bleibst motiviert, da du direkt Erfolge siehst. Ein toller Effekt der Plank ist, dass sie nicht nur deinen Körper, sondern auch deine Willenskraft trainiert. Denn selbst wenn du denkst, du kannst nicht mehr, kannst du sie alleine mit dem Einsatz deiner Willenskraft sicher noch 10 Sekunden länger halten. Welche Muskeln trainiert die Plank nun eigentlich? Vorwiegend deine Bauchmuskulatur, aber du trainierst auch viele weitere Muskeln, wenn du plankst. So sind zum Beispiel auch deine Arme, dein Rücken und deine Beine involviert. Die Plank ist also eine Übung für deinen ganzen Körper. Beachten solltest du allerdings, dass die Plank eher deine Kraftausdauer trainiert. Das liegt daran, dass du sie, wenn du eine gewisse Kraft aufgebaut hast, sehr lange halten kannst. Außerdem ist es sehr schwer, die Plank so zu variieren, dass sie viel schwerer wird. Riesige Muskelberge wirst du damit also sicher nicht aufbauen. Einen krassen Sixpack wirst du damit also auch eher schwer bekommen, gerade da das Problem bei einem Sixpack eher ist, dass man kaum Körperfett haben darf. Wenn du die Plank beherrschst, kannst du auch weitere Variationen in dein Training einbauen. So kannst du zum Beispiel die Side-Plank machen oder deine Knie abwechselnd seitlich zu deinen Händen ziehen. Und wie lange solltest du die Plank halten? Solange du kannst. Am besten versuchst du jedes Mal, ein bisschen länger durchzuhalten. Wenn du das alles jeden Tag machst, sollten sich auf jeden Fall dein Körpergefühl und deine Körperspannung verbessern. Außerdem verbrennst du jedes Mal ein paar Kalorien, gerade da die Plank so viele Muskeln in deinem Körper beansprucht. Achte auf jeden Fall auf die richtige Ausführung, denn bei falscher Ausführung kann die Plank mehr Schaden als Nutzen. Am besten ist es, wenn du jemanden dabei hast, der weiß, wie man die Plank richtig macht und dich korrigieren kann. Wie bei den meisten Sachen gilt, wenn du die Plank jeden Tag machst, kannst du viele kleine Vorteile spüren. Erwarte dir allerdings auch keine Wunder, nur weil du jeden Tag 5 Minuten Planks machst. Allerdings sind ein paar Planks am Tag auf jeden Fall besser als nichts und bringen einige Vorteile mit sich. Wenn du noch mehr für deine Gesundheit tun willst, klick auf dieses Video, in dem ich dir erkläre, was passiert, wenn du jeden Tag 100 Liegestütz machst. Oder klick auf den Link in der Beschreibung. Der führt dich zu einem Top-Buch über Körpergewichtstraining.